So geht's nicht. So. Ah ok, ja. Hau besser aus. Sensationell. Neues Demo. Es ist Chief Style. Für das Grab. Hä? Für der Bügel. Ich gebe dir den Bügel. Ich mache jetzt 7 Trainings. Und 2 Qualis. Servus. 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 Nebel, here we go. Ja, Wahnsinn. Ja. 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 Ja, ich bin nur noch. Ja. 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 Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Bitte Danke Heut lauft's Heut lauft Aber ich glaube eher nicht Ich mache jetzt Streckerekord Ja Ha Hey, servus? Jo Ah Danke Danke Kiefer Haha Wow Wow Jawohl Ich geht schon Tensionell Ja 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 Von Kellerhädeln Nach anfängliche Startschwierigkeiten von gestern Probieren wir es heute nochmal und schauen wir, wie es heute gelacht ist Ja Ja Das war gar nicht schlecht. Fährst? Fährst will ich halt. Wie gehts? Egal wie ich weiß. Ich finde es so schön. Du bist so viel schneller da. Woah! 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 Was ist das Problem, ich glaube? Dass du so hässlich bist. Ja, bist du. Schalte Aktion vorher! Jaaa! Jaaa! Daniel! Jaaa! 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 Da wieder mal eine close Geschichte. Jetzt der Last Trainingsrun. Die wie Aka Streckenkobra sitzt gerade vor mir. Spiele mal eine Stücke. Töne Möcher. Jaaa! Bist Stress? Ha? Alter! Ich kann nix dafür! Wo ist der Brief? Du nimmst die eigene und dann nehmen wir die dann sozusagen. Ja! Re-race-preparations! Ja, Brüelti! So Leilen, jetzt gehts auf zum Rennlauf. Ich darf zum Glück die GoPro mitnehmen. Ich bin schon ein bisschen nervös, aber entweder alles oder nichts. Da sind schon mal Fans! Das war letztes Mal noch aussteigen und das war's dann. Ui! Mein GoPro läuft, oder? Ja! Das war's ... Nehmen wir mal! ... ... An bis zum Glück ... ... Schreie! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Fabio nicht! Alles riskiert! So soll's und muss es sein! Das war natürlich jetzt ein Hammer-Crash von Fabio Wiedmann! Riesenapplaus für Fabio! Er hat alles riskiert und probiert! Der amtierende österreichische Meister! Leider kann er seinen Titel nicht verteidigen! Danke! Ja Leute, ich glaube das war ziemlich einer meiner heftigsten Stürze gerade. Ich bin echt froh, dass mir nichts passiert ist. Trotzdem ist es ein bisschen schade, aber wieder vorgesagt an alles oder nichts. Ich hoffe euch hat es Spaß gemacht das Video und bis zum nächsten Mal! Ciao!